Moinsen Leute und willkommen zu einem neuen Video von K.A.W.A.L. Online Ja, wir spielen Leute, wir sind letztes Mal hier stehen in Wien Wir haben ja die Mission Core Upgrade Teil 1 Wir haben Training Upgrade Core 1 und 1 bekommen Und das ist so ein Kriegshandschutz zum Training Hat sich ein Zuschauer beschwert wegen der Musik Das ist ein Krieg, dass es in eurem Todesensiege ist Oder was man mal gesagt hat So, jetzt geben wir das, egal ob ein Green Death Band Wo ich hier noch kann Bei dieser kleinen Affe, einen Affen So, ich bin ja laut Daher, okay, ähm ja, hier irgendwo Kann nachschauen, wie lange laufen Es wird ein Schlimm. Er ist eine Schlimm. Ich hab ein Schlimm, ein Schlimm. Er ist ein Schlimm. Ich werde ein Schlimm. Er ist ein Schlimm. Aber ich weiß nicht um was das geht, aber ich weiß nicht um was das geht, aber ich weiß nicht um was das geht So, das war eigentlich richtig. Nein! Top! Oder? Scheiße, da habe ich die Knumpel geschlossen. Wo war ich denn noch mal? Wer ist Boogie? Also, naja... Muss ich nur noch mal upgraden kurz? Komm schon, wo ist das? Ach T, okay Also, du musst ein Upgrade kommen, also für Jage, Red, Kiles, Destin, Scream und Skolle, bring gleich der Eiswörter Ich kenne Ich kenne die Verwirrung Ich kenne die Verwirrung Ich kenne die Verwirrung So, ich kenne die Verwirrung Und, wir sind tot Und gleich werden wir schon mal bekommen, danke schön Also verkaufen gehen wir schon wieder dabei sein Ich kenne die Verwirrung Was war hier? Und jetzt wieder nach der Das ist das Kree, zum Alchemist Warte mal, keine Bosse Quellen, vielleicht kriegen wir ein paar Sachen Ich glaube, Regenwarde, glaube ich Jo, zwei Stück, was ist das? Achso, wieder Kritt Los, kann ich wegwerfen? Meld ich halt So rein hier So, Thema, heutiges Thema, ich habe keine Ahnung, ich hätte nachschauen davor sollen Aber es hätte auch noch nicht gemacht Alter Behinderter oder so Äh, doch, was ist dort Nein Ich glaube, ich soll Weiter Ich honke Wenn wir Die 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 Und schau mal, es ist noch nie ein Thema Scheiß drauf, heute kein Thema So... Opa, zahlen niedrig Auch nach Green Deathbar Solche Klammer hier zum Crap... nicht Crap... Upgraden Wenn ihr Glück habt, könnt ihr ganz glücklich verbrechen, aber man hat eine sehr hohe Chance, dass es kaputt geht Also, dass es erfolgreich ist, aber eine sehr... Erwischofste, nein, wo muss ich hin, dahinten... Na, jetzt muss ich das, ja, genau, jetzt muss ich von diesem Troglo sammeln Drehen, die alle, gechillt Was, was... Was, was... Charaktergebunden Cut mich bald So, Troglo, oder? Was machen wir? Ah, Troglo-Spider. Wir gehen dahin. Best-Partner! Nein, auch ein Ding. Was ich halt finde. Klingelstimmer, genau. Boah, ich bin Pro, Alter. Ich bin Pro. What? 10.000 alt? Ah. Er hat die Haare geklautzt. Das hat sich gemacht. Kein PvP mit mir. Ich mag PvP nicht. So, ich weiß gerade, nein, aber was machen wir jetzt gerade nicht? Ich weiß. Jetzt eigentlich gleich? Ja, es halte sich jetzt gerade von selbst. Ja. So muss ich. Das hat Scream. Okay. So schnell, schnell, schnell. So schnell, schnell, schnell. Äh. Hier. Uh, hier, wo ich jetzt schon wieder nehme... Wo ist es jetzt? Also, blaue Leistung ist XP. Todesstrafe, also wenn man stirbt, dann gibt es nun Todesstrafe, denn man will Leben oder so. Zu wenig. XP hat er noch nie. wenn ihr wisst dann könnt ihr mal in die kommentare reinschreiben ah guck mal Handschuhe Rumschaften so so Rumschaften oh skilletip pro skill 4 ok 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 hier sind für unsere Rüstungen warte mal hier sind unsere Rüstungen ja Rüstungen so klar neue Mission also wer wird bekommen oh Lungen Zeit sogar jetzt wird noch etwas kommen keine Sorge Dunge Räder kommen was aber es kann auch so passieren dass er wenn die richtigen Kills alle sterben dann kommt ein Buss also bei den Dunge kommt ein Buss und zack dort äh ja gut zack 1550 EP thank you dankeschön so fertig abgeben dann dann noch mal wieder noch mal wieder und was jetzt da vorne ich weiß nicht was ich sagen wollte wir machen jede Quest von hier also versucht jede Ne-Mission jede Haupt-Mission zu machen zu machen so 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 sie töten come her my friend so 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 b ah so ein waaaa ach ich bin selbst angst Ah, ich kann es anziehen Das war Ich kann auch ein Ding anziehen Äh, noch was beim Event mit Ich glaube, es war jetzt bei jedem so Wie brauch ich noch? Zwei Aufsteht Aufstehen Aufstehen So Mein Lycor-Racking Okay, also ich glaube ich bin mein Boss Als sie's anhört So, wenn er ein bisschen weiter weg ist Es war da hinten Er gibt bestimmt ein paar Ringe oder sowas Irgendwas, er gibt irgendwas, also er droppt bestimmt irgendwas Aber wenn ich treffe würde, dann wäre er jetzt auch wo Ich kann meineつ 190 Training mehr Oh ich kann mir mal eine Tränke mehr Oh 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 Lala Okay Oh Mal Tränke Für Krieger und Krieger, oh mein Gott Aber Irgendwas verkauft War knapp Und es ist Haltdecke, äh nicht Haltdecke Es sind Dinge ausgelaufen, äh nicht mein Gott ausgelaufen Ausgegangen Ich muss kurz neue holen Aber ich hab mich festgestellt Das Wichtigste Und irgendwann Skillbuch bekommen Und zwar Integration Muss auch später wechseln Weil später muss man auch Dinge nehmen Wer ist das? Buffs und so alles Nein, ich weiß da So Das Glück ist mir Ja, macht mir Leben Warte, bekomme ich noch Haltdecke Kaufen Wo war das denn? Hier? Genau Wo war das denn? Oh, scheiße Ich kann nur Chippen Neue Ding Ich glaube bitte Bleib Eis Ich glaube es ist ja 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 Ich hab Ja Ja Oh, das ist ein Spieler So, nein, hier Also später, es gab nur 48 so die Zeit Aber später wären es 700, dann würde man es verbessern Das ist glaube ich der Boss Weil es aussieht Und tot Ah, da hilft noch einer Vorher versteckt Weil das ist der Boss Oh, geht das Ding aus Äh, zack, zack, scheiß Eigentlich, dass es nicht geblockt wäre Eigentlich scheiß Mist eigentlich, also nicht geblockt Also nicht geblockt Passt irgendwie nicht Aber block Geht auch Geht auch Geht auch Geht auch Nichts bekommen WTF Ja, jetzt nochmals oder sowas Nein So, tschüss Jetzt müssen wir mehr LP bekommen So, geh jetzt Markus zurück Und gebe die Kreis ab Bitch Moment, was willst du denke Okay, ich hab hier gesehen Um alle drei Sekunden Zwei Sekunden Äh, ein P Ein P Tschüss hier Noch ein Skelbrook Nein Äh, I Was ist das? Zurückzug Brauch ich gar nicht Hab ich nie benutzt Jetzt sind wir 8 Oh, gehen wir schnell Mal Mal Spitzieren Zusammen Mal 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 Kommen Falsch So, wenn Wüstenfuchs ist Jeder des Wüstenfuchs Diese kleinen Katzen Schau es Sack 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 Ich nun Motorista Auch Sack Das woh Uuu 30 Ich kriege eine neue Katana, Alter Wenn wir bis Level 10 keinen neuen Katana bekommen, dann... Dann... ... ... Das war's für heute. 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 Das war's für heute.